Der Palettenwagen DS25 IMN aus dem Mietpark von Bayer Mietservice überzeugt durch seine flexible und einfache Handhabung. Durch Drehen des Bedienhebels nach links und nach rechts lässt sich der Palettenwagen steuern. Bei Betätigen des Griffes nach oben werden die automatisch nach unten gefahren. Durch Drücken des Bedienhebels nach unten wird die hydraulische Handpumpe aktiviert. So können durch Pumpen des Bedienhebels Lasten bis zu 2500 Kilogramm geladen werden. Die Tandemrollen unterstützen das komfortable Verladen von Lasten und den sicheren Halt auf den 1,15 Meter langen Gabeln. Das Lenkradmaterial aus Vollgummi ist für Einsätze in Hallen und Höfen perfekt geeignet. Durch diese Vorteile können selbst schwere Lasten wie zum Beispiel Rüttelplatten zügig und unkompliziert verladen werden. Mieten auch Sie jetzt einfach Ihre flexible Ameise zum Verladen aus dem Bayer Mietpark.